Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Auch heute wieder mit der Übung der Woche. Aber ihr seht es schon, ich habe mich heute in den Wald verzogen, denn auch wenn es draußen ziemlich warm ist, kann man im Wald bei relativ kühlen Temperaturen noch angenehm trainieren. Ich habe euch heute nämlich auch eine Übung mitgebracht, die besonders für euer Herz-Kreislauf-System ziemlich gut ist und zwar den sogenannten Seestern. Wir gehen dafür mit den Händen Richtung Boden, gehen natürlich mit dem Po mit runter und dann in einem Hoch und die Beine und Arme schön im X quasi auseinander und dabei natürlich lächeln, dann sieht es umso schöner aus. Das Ganze dann immer im Wechsel und wichtig ist, dass ihr immer die Füße, nachdem ihr sie auseinander gemacht habt, wieder schnellstmöglich zusammen bekommt. Das heißt, noch bevor ihr den Boden berührt, ihr werdet natürlich schnell merken, dass die Übung nicht nur auf euer Herz-Kreislauf-System geht, sondern eben auch auf die Beinmuskulatur. Dafür ist sie aber auch dann ein super Training, um ein bisschen Fett zu verbrennen. Die Übung macht ihr dann zwischen 20 und 40 Sekunden und dann habt ihr ein super Workout für jeden Tag. In diesem Sinne viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!